Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Don't Starve mit dem Mighty Moe Servus Together Yes, together we die So, ich bin auf jeden Fall noch Steine sammeln Ah, da ist nochmal Marble, nehm ich auch gleich mit Oh, ist schon wieder die Pickaxe kaputt Und jetzt hab ich keine Twigs mehr Och Nee, ey Doch Jetzt geh ich erstmal hier rüber und guck mal, ob hier noch ein paar Twigs sind Irgendwo werden hier schon welche sein Ja, ich hab da gerade viele Twigs abgeerntet Sorry Ja, aber nicht in diesem Wald hier Achso, da Ja, voll weit weg Ah, okay, stimmt Schade, dass man aus dem Holz auch nicht Oder kann man aus dem Holz Twigs machen? Nee, das geht nicht, ne? Nee, das geht nicht Schade eigentlich Das geht sonst so in jedem Spiel irgendwie Ja, das stimmt So Aber das kann er leider nicht Ja Das kriegt er nicht hin Du weißt, er hat schon eine Axt Der könnte sich da so easy Dinger draus hacken, ne? Und nicht immer so einen Zweig nehmen Um da draus einen Griff für ein Schlaginstrument zu machen So voll Panne eigentlich Ja, irgendwie schon So ein Zweig Ja gut, oder ein flexibler Zweig Der nicht dann kaputt geht unbedingt Aber Da muss er ja immer Frische machen Deshalb hält er da so kurz Der Zweig vertrocknet Wo sein Werkzeug dranhängt oben Mhm So Hier ist so eine Steingegend Da bin ich zwar schon mal durchgerannt Aber ich glaube, hier habe ich noch nichts abgeerntet Sehr gut Schade, ich würde gerne hier so ein mechanisches Nashorn finden Und die durchkeiten, ey Das wäre geil Ja, aber das gibt es hier leider nicht, glaube ich, ne? Doch Selten Selten Ja, ist sehr, sehr, sehr selten Aber wir haben ja auch schon kaum diese mechanischen anderen Viecher hier auf der Map, ne? Ja, stimmt So, ich habe auf jeden Fall schon wieder 40 Steine gesammelt 16 Gold Okay, nicht schlecht Willst du Steine herumbauen? Ja 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 Wäre schon cool, irgendwie Äh, so, noch eine Pickaxe Oh, Scary Time is coming Oh Er wird auch ein bisschen Holz mal eben sammeln hier Oh, ich brauche noch Twix für eine, für eine, für eine Fackel So Schön viele Twix Schön hier Aber guck mal, dieser Twix Dieser Twix hier wurde übergossen Und der andere überzogen Gibt es diese scheiß Werbung, ey? Nein Aber das ist eigentlich ganz lustig Ist so mit, mit, mit Twix Dass die Twix-Brüder seit Jahren verstritten sind Und jeder, den einzelnen, was sie sich nur teilen Ist eine Auffahrt und die Verpackung Jeder stellt halt den linken und einer den rechten Riegel her, weißte Achso, okay Ist ganz lustig eigentlich Bei dem einen wird dann überzogen Und bei dem anderen übergossen Achso So, das sind dann halt die, die sind halt komplett verschiedene Produkte, weißte Für die Finde ich schon ganz lustig Ist eine ganz coole Idee eigentlich Ja So, ich schlafe, ich werde glaube ich heute außerhalb bleiben Michael, ich komme nicht nach Hause Nein Vielleicht kommen dann jetzt die Wunde Genau, die kommen dann zu mir aber Ich werde mal die ganzen kaputten Bäume hier auffällen Verkohlen Ja, sonst ist der nachher angepisst auch wieder, ne? Ja, die sind eh schon kaputt So, jetzt machen wir erstmal eine Fackel Cool, jetzt haben wir hier schon vier Drainfruits an Nice So, eine Fackel Ey So, wir machen jetzt nichtsdestotrotz trotzdem Lagerfeuer Und Fackel hier und Baller hier einfach alles kaputt Den ganzen Wald fackel ich ab Ja, schon wieder? Nein, also ich fackel den nicht ab, aber ich schlag ihn kaputt Schön sammeln, Holz sammeln Bring noch ein bisschen Holz mit Ja So Wie viel, ähm Warum eigentlich für eine Farm? Wo ist eine Farm? Boah, weiß ich gar nicht Ich glaube auf jeden Fall sechs Scheiße Und wir haben keine Scheiße gerade Wir haben keine Scheiße mehr? Ne, ich habe noch drei Stück dabei, aber Mehr ist auch nicht, weißt du? Das ist schlecht Storm Cellar Hoffentlich kommt jetzt nicht nachts der scheiß Baumtyp, ey Da muss ich ihn immer um das Lagerfeuer rumkiten Warum soll es jetzt kommen? Ja, weil ich hier viel abbau So Riesiges Feuer Mich hier auch schön weit in den Wald reinsehen kann, ne? Ja, okay Ja, ich liebe das, wenn Sommer ist, dann ist die Nacht so kurz, ey, das ist so schön Ne, heb erstmal alles auf hier, was du hier abgeschlagen hast Boah, jetzt kommen bei mir die Hände Ehrlich? Boah Ja Wie nervig Oh, und ich habe 38 Hunger nur Ah, ne, ich habe noch sieben Samen dabei Geh weg Lass das Feuer hier an Lol, jetzt ist schon Tag, alles klar Nehmen wir die Fische essen hier, die vergammeln sehr schnell Bären Boah, hier oben ist ja ein riesiges Steinbiom, Alter Wie krass das denn? Wo bist du denn nochmal? Äh, sehe ich dich irgendwo, ne? Aber ich komme jetzt erstmal zurück und mache Ach, da bist du Ja, ja Also da können wir vielleicht gleich wirklich mal kurz zu zweit hochgehen Und mal richtig Steine farmen, ne Runde, ey Weil da muss ich nicht so weit alleine Wenn die Hunde kommen, sind wir trotzdem irgendwie noch geschützt Ich habe aber gar keine Locksuit mehr, fällt mir immer auf Okay, dann müssen wir mal eine machen Sonst wird es knapp Ah, einmal Fleischklöpse, Klöpse Ja, lecker Klöpschen Yummy, yummy, yummy Das macht den Bauch wieder schön voll Super Super Ich esse mal hier die Dinger, ne? Ja, klar Sind das noch von mir die vorhin eigentlich? Nö Was kam denn da vorhin raus? Aus dem, ähm Ähm Weiß gar nicht mehr Nein? Steine vergessen Krass Hat er vergessen, ey Krass, ey So, wie viele Steine haben wir denn jetzt insgesamt hier? Wir haben 63 Steine Ich werde da draußen jetzt erstmal schon mal Steinblöcke machen Ich finde das voll blöd, dass man nicht, ähm Sagen kann man, er soll mehrere machen Ich werde noch ein bisschen Holz hier abenden Ich habe noch 15 Ja, mehr, ein bisschen mehr noch Ja, auf jeden Fall Machen wir denn eine Wo sollen wir denn die Mauer ziehen? Groß? Außenrum? Ja, ne? Ja Oh, der Baumann Echt? Ja Dann setz einfach ganz schnell viele Cones Naja, hab gar nicht so viele bei jetzt Okay Quasi Okay Habe ich eine Kiste gepackt Okay Zieh den zu den Schweinen hin Ja, ja, genau So, guck mal 21 Cutstone haben wir schon mal fertig So, dann gucken wir mal Jetzt gucke ich erstmal, ähm Was hier so eine Wand kostet, nicht? Irgendwie kommt der mir noch größer vor, der Baumann, ey Vielleicht ist der richtig sauer jetzt Ach lol Du kriegst ja aus zwei so gehauenen Steinblöcken, ne? Ja Warte mal, kriegst du Aus zwei Stück, kriegst du sechs Wände Ah Ah, okay, verstehe Ah, die kämpfen, glaub ich, gegen den jetzt Ja? Oder? Ja Ich will mal eine platzieren jetzt hier Ah, nice Naja, die sollen wir einfach gegen den kämpfen Kämpft er denn auch gegen die? Da muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken Oder läuft der die hier weiter hinterher? Nö, nö, er kämpft gegen drei, da Ich mach schon mal hier die Seite zu, so ein bisschen Guck mal Das sind die Wände Ja Geil, ne? Nice Soll ich die doppelt zumachen? Oder nur so? Weil ich könnte jetzt natürlich noch die Zwischenräume füllen Aber erstmal so, ne? Ja, erstmal eine einfache Dann können wir davor ja auch noch eine Haywall machen Dann machen wir dahinter noch eine Moonrockwall Boah Ich mach mal so Ich mach mal ein bisschen mehr Platz, ne? Als wir jetzt in Anspruch nehmen Falls wir mal noch irgendwie was bauen wollen Oh, die kommen sogar jetzt Oh, ich hab keine Hast du eine Locksuit fertig, zufällig? Äh, nee Was brauch ich denn dafür? Nur Locks und was? Seile Und acht Locks Zwei Seile und acht Locks Okay Ähm, ist Wo ist sie? Bei Fight, ja, ne? Ja Locksuit, okay Sind die schon da? Was ist so? Die sind schon da, ne? Oder? Nee, noch nicht Sag das so aus Aber kann ja hier runter dann Ja, okay So, ich mach erstmal hier zu Bei den Schweinen Oh Ah, der ist ja Alles liegt hier Ah, hat der die gekillt Ah, da sind Hunde Warte, ich setz noch eben die letzte Letzte Wand Dann bin ich sofort da, so Die Hunde sind da Ich komm mal zu dir Los, töten sie alle Oh, ich schlag dich alle kaputt, ihr Penner Oh, einmal kurz hier raus, so Ich komm zu dir Die haben schon gut gefressen, glaube ich So Ja, haben wir gut aufgeräumt mit denen, ey Ja, die haben ja gar keine Schnitte, ey Die Opfer Ach, bin ich dauernd voll viel Monster, äh Nightmare Fuel Nimm das Rod ruhig auch mit, ne? Wenn du irgendwie was drin hast Ja, das komm ich grad nicht Achso, okay Ich schaff grad Ja, schön So, kann man immer schön auf die, äh Leute, man kann auch die Felder so düngen Wächst das dann schneller? Ähm Ja klar, es wächst dann immer direkt eine Stufe weiter Ne, man kann die Felder halt düngen, ohne dass was drauf ist Das meinte ich Achso Okay So Oder was bringt Kohle Haben wir schon Kohle? Ist ein Feuer an? Nein, ne? Aber gut, ist auch noch ein bisschen Zeit So, Monster Meat schmeiß ich in den Kühlschrank Ja, dann müssen wir aufhängen hier Oh, halt ist so schön, dass man einfach alles droppen kann in den Keller, ne? Boah, ich find das richtig gut Mhm So, aber ich wollte weiter Wände fertigen So Wände Ist ja locker easy, Junge Kriegst du voll viele für die Steine? Da hatte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet Ich hab gedacht, wir müssen jetzt voll viel ranschaffen Ja, echt? Anschaffen Wir müssen jetzt voll viel anschaffen, damit die uns Steine schenken Die Schweine Oh, Stale Fish Ähm Wie machen wir das mit den Honigdingern da unten? Soll ich das so, hier so einen Winkel reinmachen? Ähm Dass es von hier aus runter geht, dann so, oder was? Ja, weiß nicht, ich mach auf jeden Fall großzügig, ne? Ja Ist ja nicht so eng wie jetzt jetzt Ja, würde ich hier so wickeln, dass es eingeschlossen ist, aber Ja, ich mein, ich kann ja hier auch noch ein bisschen Platz lassen Dann haben wir halt so ein Stück Mauer in der Base, ja auch nicht schlimm Weißt du, ich würde das eh so machen, dass hier Was weiß ich, guck mal hier so Dass hier nur so ein ein breiter Durchgang ist, weißt du? Ähm Ja Und dann kann man das hier nochmal abgetrennt machen Dass die Hunde so durch zwei so ein breiter Durchgänge durchmüssen oder so Hm Ja, ich würde aber trotzdem mal außerhalb kämpfen, ne? Aber wenn die hier alles abfackelt Nein, 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 ich hatte so gedacht Die können ja nicht, die können ja nicht durcheinander durchgehen, die Viecher, weißt du? Dass wenn die kommen, wir uns einfach hier in den Eingang stellen Und von zwei Seiten immer auf einen draufschlagen Weil die passen ja nicht hier durch Sollen sie doch an den Wänden rum marodieren, weißt du? Ja, gut, kann sein, das hat Vielleicht klappt es Oh, scheiße Oh, Fackel dabei So, ich baue auch in der Nacht weiter So sieht es nämlich aus So, ich will mal ein paar Bären kochen Weil die werden nämlich schon Gehen nämlich schon kaputt Ja Jetzt kann ich da die scheiße Wand nicht setzen, oder was? So, danke So So So, den Busch hier unten nehme ich auch noch mit rein Irgendwo müsste doch hier Wasser kommen Ich wollte gerade sagen Dann kann ich nämlich hier unten direkt zum Wasser hin zumachen Aber ist halt die Frage, wo die spawnen, ne? Wenn wir jetzt so groß hier einzäunen Ja, hinter spawnen die bei uns drin Ja eben, das war jetzt so meine Befürchtung Hallo Ich kann es doch, wir müssen wieder Hembets machen Ah Wieso setzt du denn jetzt nicht hier den Block? Ach, direkt am Ufer kann man nicht bauen Aha Das geht nicht Das finde ich aber blöd Ja, das ist kacke, ne? Dann kommen die hier auf jeden Fall durch Ja, das ist ja scheiße Dann müssen wir halt hier den Eingang hinlegen Ans Ufer Dann ist halt da der Eingang Leider nur ein Hembett Oh, lol Krass Was denn? Man kann die nochmal upgraden Mit einer weiteren Mauer Dann werden die höher Ja, ja Ich dachte, das meintest du vorhin Ne, ne Wo ich meinte, mach erstmal einfach Ne, ich meinte halt so Die sind ja jetzt so Winkel auf Winkel, sag ich mal, weißt du? Dass man da so halt Noch das irgendwie anders baut Sollen wir dann quasi nächste Folge Schön, äh, ein bisschen Stein farben noch? Äh, können wir machen Okay So Essen läuft ja soweit Können wir auf jeden Fall ein bisschen farben Gehen Jetzt wollen wir noch ein bisschen Holzhacken eigentlich Oh, 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 scheiße, ich verhunger Oh, mal eben schnell hier ein paar Samen essen Ja, es sind Beeren Mit der Basebis Achso Hast du den im Kühlschrank erst, oder? Ja, ja, die sind jetzt schon groasted Und die kannst du Hä, wo sind die denn hier? Roasted berries sind da drin Ach da, lol, ja Ich esse direkt im Stehen aus dem Kühlschrank So, erstmal ein bisschen was anfressen auch hier Okay, ich hab nochmal Rot Oh, hier, die ganzen Dragonfruits sind auch fertig Wieder, ne, vier Stück Ja, lass die erstmal drin Ja, ich setz neu Ich mach das eben Das ist halt kein Ding da Okay So, komm Vogel, hier frisst du das Hier hast du noch eine Oh, guck mal, die Spinne kann auch mehr als ein Dingens produzieren Mehr als ein Spinnenwebe Ja, das ist gut Okay, so, jetzt haben wir wieder sechs Dragonfruits Und zwei Samen plus Nice Dann können wir nämlich bald einfach nur noch Dragonfruit anbauen, weißt du? Ja, genau Und dann ganz simpel Wie gesagt, ein Dragonfruit und drei Sticks Dann kriegst du Dragon Pie und Ja Der gibt voll viel So, ich pack erstmal das alles hier rein Das ist voll nice, ey Holz, Nitrat Nitrat haben wir auch 34 Stück, ey Ach so, ja Fertilizen wollte ich auch noch Ja, ein bisschen hatte ich auch gerade reingelegt noch Ich hätte gerne irgendwie eine coolere Pickaxe noch, weißt du, mal wieder Das wäre mal erfrischend, so Schaut, dass man keine Brücken bauen kann, ne? Ja, das wäre auch noch richtig cool Finde ich auch geil Hier so eine Brücke direkt drüber Wäre cool So, das kann weg Ich sammle mal ein bisschen Ah, ich pflück mal wieder Beeren hier Die wachsen ja eh noch nach in der Zeit Bis wieder Winter ist, wa? Ich denke schon Was sagt die Temperatur bei uns? Muss ja ich Taco sein, ne? Ja, weiß ich gerade nicht Bin gerade nicht da Warte Guck gleich So, jetzt sind auch noch mal 10, 12 Beeren hier Ja, geil, ey Uns geht's richtig gut hier Ich finde es aber echt ein bisschen schade, dass man sich nicht Obwohl Ja, gut Ja, okay Ich finde es ein bisschen schade, dass man sich nicht Fett anessen kann Weißt du? So Ja So richtig viel fressen im Sommer So Das geht leider nicht Ja, leider nicht Schön Schön, schön, schön So, haben wir denn hier noch Haben wir hier noch Twix drin eigentlich? Ah ja, da Nehme ich mal so die Hälfte von mit Hier nehme ich auch nochmal welche mit So Ach, Feuer wollte ich eigentlich auch anmachen Oh, hast du gerade die Fische entleert? Ja Alles so Die Bienen sind los Wir haben ja sogar noch zweimal Gears, ne? Krass, ey Gut, dass die nicht so lange hinterher rennen Die Bienen, ne? Ja Ja Sonst wäre es übel Boah, aber die haben meinen neuen Locksuit gerade auf 67% runtergekloppt schon, ey Na gut, jetzt hängt da Ja Oh, guck mal Jetzt sind schon drei Spinnnetze bei der Spinne drinnen Cool Muss man dir was geben, oder was? Ne, ne, gar nichts Das ist so wie die Fischfarm quasi Guck mal, da Drei Stück wieder Ey, geil Weil dann hat man zumindest mal viel Wie gut, wir hätten auch da oben, wenn wir gleich Steine farmen gehen Oder was heißt gleich, in der nächsten Folge für euch natürlich, ne? Ja Ähm Dann hätten wir da auch Da sind auch richtig viele Spinnen, so Vielleicht können wir da auch noch, je nachdem, was da noch ist Mal noch so ein Noch so was mitnehmen, weißt du? So ein Ja, wäre schön Ich bräuchte auch mal ein bisschen Spinnseide Ja, wäre schon geil, ey Aber gut, Leute Ich würde sagen Die Folge ist rum Wir sehen uns die Tage wieder Haut rein Tschüss Bis bald Tschüss